Wie wir durch die Vereinigung von Körper, Geist und Seele zu unseren höheren Selbst gelangen und wie wir es schaffen, in diese Bewusstseinsebenen vielleicht auch einen Wandel vorzuführen, wird unser heutiges Thema sein. Dazu freue ich mich wieder, dich lieber Dr. Michael Treiner hier begrüßen zu dürfen und wir werden jetzt in dieser vierten Sendung zur Trivolution darin enden, was es eigentlich bedeutet, wenn wir die Trinity in uns, die Dreifaltigkeit, Körper, Geist, Seele vereint haben, was uns jetzt für Möglichkeiten bevorstehen, wie wir damit umgehen und vor allen Dingen, was jetzt. Genau. Herzlich willkommen auch, Tobias. Herzlich willkommen, unsere Zuhörer, Zuschauer. Es freut mich, dass wir über dieses komplexe Thema, vielleicht aber auch spannende Themen, reden können. Zu was für Höhenflügen sind wir Menschen eigentlich fähig? Time of Change TV. Das Wissen der neuen Zeit. Der Wandel der neuen Zeit. Der richtige Gast für dieses Thema. Es geht ja auch um Wandel in diesem Interview. Es geht um einen Aufstieg. Jetzt haben wir in den letzten drei Teilen bei unserem neuen Format Wissenschaft trifft Bewusstsein uns angeguckt, wie wir unser Körper-Ich, unser Geist-Ich und unser Seelen-Ich in Harmonie bringen können, in die Einheit bringen können. Und wir haben auch schon die Spannung aufgebaut, dass wir sagen, jetzt geht es eigentlich erst richtig los. Und zwar mit der Verbindung zu unserem Höheren Selbst. Geschieht die Verbindung zu unserem Höheren Selbst wie von automatisch, wenn wir bereit dafür sind? Oder wie läuft das jetzt ab? Du kennst mich ja, ich bin eher so ein wissenschaftlicher Typ und ich sage, es gibt nicht einfach ein Rezept, nach dem alles funktionieren wird, sondern wir müssen von Mensch zu Mensch, von Fall zu Fall, müssen wir schauen, wie das bei einer bestimmten Person eben passieren kann. Also das heißt, das ist bei jedem Mensch ein bisschen individuell. Grundsätzlich ist es aber so, dass bei den meisten Menschen die Verbindung zum Höheren Selbst gar nicht wirklich möglich ist, sondern dass da gewisse Ausschaltungen und Blockaden vorhanden sind. Und das hat damit zu tun, dass bei vielen Menschen die seelischen Aspekte viel zu stark komprimiert zurückgebildet worden sind, dass die Menschen heute gar nicht mehr in der Lage sind, über ihre Seele die Verbindung zum Höheren Selbst aufzunehmen. Da gibt es wie Blockaden. Also man kann jetzt nicht einfach sich auf den Teppich setzen, Omsingen und dann sagen, ich bin jetzt mit meinem Höheren Selbst verbunden. Man kann sich das sicher vorstellen, dass das so ist, aber wenn man dann das Unbewusste abfragen würde, ob diese Verbindung tragfähig ist, würde in vielen Fällen ein Nein kommen. Und es würde gesagt, dass dieses Wahrnehmen des Höheren Selbst eher über das Kognitive passiert und gar nicht wirklich mit dem Höheren Selbst eng verbunden ist. Also es scheint also etwas zu geben, außerhalb von dieser 3- oder 4-D-Welt, das wie ein Höheres Selbst auf uns einen Schatten wirft, uns steuert. Oder was meinst du mit Höheren Selbst überhaupt? Wir sind Therapeuten, die über das Unbewusste der Menschen arbeiten. Und wenn Menschen zu uns kommen, schauen wir, warum sie krank sind, warum sie eine psychische Störung haben. Und dann dringen wir im Grunde genommen in ihr komplexes Körper, Seele, Geist, System ein und schauen, wo sind da Blockaden und Schäden. Und beim Reparieren dieser Schäden sind wir mit der Zeit auf immer komplexere Themen gestoßen, haben gemerkt, ja, neben dem Körper gibt es eine Seele. Dann haben wir gemerkt, ja, neben der Seele und dem Körper gibt es noch ein Geist. Dann haben wir gemerkt, es gibt neben dem Körper, Seele, Geist, System des Menschen eine Verbindung, ein Kabel, ein Schlauch. Wir nennen das den Seelenstrang, der die Menschen zu etwas verbindet, was auch noch zu ihnen gehört. Dann mussten wir das über die Jahre entdecken, das Höhere Selbst. Und heute mit diesen richtig pragmatischen Erkenntnissen aus der Praxis, wir sind empirische Forscher, können wir sagen, Leben findet nicht so statt, dass wir hier einfach zufällig geboren worden sind, sondern es gibt Wesen, richtige Wesen, die kann man sich mit Haaren, ohne Haare, mit langen Füßen, mit kurzen Füßen vorstellen, es können menschliche Wesen sein, es können Reptiloide Wesen sein, alle möglichen Wesen, höher entwickelte Wesen, die bringen ihre Seelenanteile hierher und lassen sich hier inkarnieren. Also das heißt, wir, wir sind Geschöpfe, die von woanders, von einer höheren Ebene hierher inkarniert haben und hier, so wie bei einem Kasperle-Spieler, wie Figuren von jemandem gespielt werden, also wir sind nicht der Beginn und der Ausgangspunkt unserer Leben, sondern das ist ein Höheres Selbst bei allen Menschen, die wir bisher in unseren Praxen haben. Wie kommst du, promovierter Naturwissenschaftler, hoch empirisch, hoch akademisch, denn eigentlich zu solchen frechen Aussagen wie ein Höheres Selbst, die können aussehen, wie sie wollen, vielleicht auch Außerirdische, was soll denn das, wenn ich fragen darf? Ja gut, wenn du als Forscher sehr offen bist und die Antworten nicht scheust, die man dir geben kann, dann kommst du oft auch an der akademischen Forschung auf Antworten und Lösungen, die nicht in den Kontext unserer Wissenschaftlichkeit passen. Ich habe an der Uni geforscht. Und es ist ja auch so, dass du an der Uni gewisse Themen nicht beforschen darfst. Es ist nicht so, dass man alles beforschen darf. Und gerade in der Medizin sind die Barrieren sehr eng, was du an der Uni forschen darfst und was nicht, was dann schnell mal als Humbug abgestempelt wird. Und das mag so sein, für die, die so glauben, ich möchte das nicht kommentieren. Ich möchte einfach sagen, wenn du als Forscher in das Bewusstseinssystem eines Menschen eindringst, einsteigst und dir dort einfach Antworten geben lässt, dann kommst du ganz empirisch auf Antworten, die nicht in das Denkbild eines modernen Menschen im 21. Jahrhundert passen. Und da hat deine Forschung begonnen? Genau. Vor wie vielen Jahren eigentlich? Das ist noch nicht so lange her. Ich habe 2012, also vor zwölf Jahren, mit dieser Forschung angefangen, weil ich einfach überzeugt war, als promovierter Naturwissenschaftler und Ökonom auch, dass die Medizin, die wir heute betreiben, irgendwann die Grenzen kommt und dass wir die Menschen nicht mehr vernünftig heilen können mit dieser ganzen komplexen Maschinerie, die wir aufgebaut haben. Und habe dann eine kinesiologische Ausbildung gemacht und als Forscher gesehen, dass die Kinesiologen sich gar nicht wirklich fragen, wer über diesen Muskelreflex, den sie brauchen, antwortet. Und da ist natürlich der Forscher sofort aufs Tapet gekommen, und gesagt, wir wollen mal schauen, wer da antwortet. Und so bin ich dann wieder in den Forschergeist reingegangen und habe mir das einfach angeschaut, weil ich überzeugt bin, dass wir nicht das Ende der Fahnenstange in der Medizin erreicht haben, vielleicht das Ende der Fahnenstange in Bezug auf Medikamente und technische Entwicklung, aber nicht auf ganzheitliches Heilen. Und da ist dann eben der Forscher erwacht und kommt relativ schnell auf Dinge, die so in den Zeitungen und in den Medien nicht dargestellt werden. Bist du da auch auf Widerstand gestoßen, zum Beispiel von Kollegen, irgendwo von Presse, von Öffentlichkeitsmeinungen? Wie bist du damit umgegangen, wenn ja? Also, wie soll ich sagen? Diese Wandlung vom klassischen Akademiker, der ich mit vielleicht 40, 50 war, zu jetzt, das hat natürlich schon eine große Spur hinterlassen, diese Veränderung. Ein großer Teil meines Freundeskreises hat sich dadurch aus meinem Leben leider, muss ich sagen, verabschiedet, aber das ist irgendwo fast unumgänglich, weil du kannst eben nicht ein ganz anderes Gedankenweltbild haben und dann noch denken, du kannst mit den gleichen Leuten miteinander essen und reden. Das ist natürlich klar. Und das Zweite ist, dass ich versuche, recht zurückhaltend mit diesem Wissen umzugehen und das nur in Kreisen versuche, aufzuzeigen, die dafür offen sind. Weil jeder ist ein freier Mensch. Jeder kann glauben, denken und wollen, was er will. Und wenn er findet, so einen Schmarren will ich mir nicht antun, dann verstehe ich das. Aber ich verstehe genauso und ich hoffe, dass es einigen Menschen, die uns jetzt zuschauen, so geht, dass sie sagen, ja, dieser Schmarren ist vielleicht gar kein Schmarren, sondern was Neues, der mir Türen aufmacht, um in ein neues Bewusstsein zu kommen. Und dieses neue Bewusstsein, von dem alle reden, das können wir gar nicht erreichen mit diesen engen Denkstrukturen, die wir haben. Unsere Schläuche sind zu eng für diesen guten Wein, der auf uns wartet. Ja, lass uns den Wein holen. Ja, genau, genau. Ist denn das Höhere Selbst auch das, was viele Menschen schon vor Jahrhunderten oder Tausenden praktiziert haben, wo sie zum Beispiel in der Zukunft gelesen haben oder wo sie vielleicht im geistigen Bereich etwas erschaffen haben? Ist es die Ebene dieses Höheren Selbstes? Weil dann würde das für mich bedeuten, wir Menschen haben ja schon relativ lange entweder ein Konzept dazu oder es gab Einzelne, die können sich jetzt schon oder auch damals da irgendwie mit einklinken. Also, dass wir ein Höheres Selbst haben, liegt in unserer Grundnatur. Das heißt, es ist weniger die Frage, jetzt für den geneigten Zuhörer und Zuschauer, ob wir das haben, sondern ohne das können wir gar nicht leben, weil das unser Ursprung ist. Also, ist das so, das war immer so, weil, wie soll ich dir sagen, du kannst dein Auto nicht fahren ohne Räder. Und bei uns ist es auch so, du kannst einen Menschen nicht inkarnieren ohne Höheres Selbst, ohne ein höheres Bewusstsein, ein höheres Lebewesen, das einen Teil seines Seelen-Ichs zur Verfügung stellt, dass wir hier leben können. Das ist eine unumstoßbare Tatsache. So wie wenn du den Wasserkrug fallen lässt, zerbricht er am Boden. Und jetzt ist es einfach so, die Frage ist, ob die Menschen das wissen. Und dieses Wissen, das war sicher zu den atlantischen Zeiten auf dieser Erde verbreitet. Wir wissen aus den Büchern, die wir haben, und den Forschungen, dass die Ägypten, in Ägypten, die alten Ägypter, die wussten um diese Trinität, Körper, Seele, Geist. Und sie wussten, dass wenn die Trinität von Körper und Seele, Geist eingeschaltet ist, dass dann ein höheres Bewusstsein mit dem System in Verbindung geht. Das kann man an den Fresken, an den Schriften im alten Ägypten, kann man das erkennen. Auch die Griechen wussten das. Also das heisst, dieses Wissen ist überhaupt nicht neu, was wir hier zusammengestellt haben. Sondern es ist ein Wiedererkennen von etwas, was die Menschen vergessen haben. Und weil sie es in den Büchern nicht finden, suchen sie es nicht. Und deshalb braucht es manchmal offene Forscher, die sagen, mir ist egal, was in den Büchern steht, ich schaue jetzt mal, was beim Herrn Friedolin Müller für ein Problem ist, und ich schaue einfach von Null an, wo ist das Problem, und dann stoße ich auf Dinge, die sind nicht in den Büchern. Aber das ist bestimmt so, dass dieses Wissen früher da war, es wurde uns wie weggenommen, weil wenn der Mensch von diesem höheren Bewusstsein getrennt ist, dann ist er in Unwissenheit wie eine blinde Kuh. Lenkbarer. Viel Lenkbarer. Und ich denke, das ist der Grund, warum uns dieses Wissen verloren, verborgen worden ist. Und ich denke, zu diesem Bewusstseinswandel, der jetzt kommt, ist eine ganz wichtige Komponente für das Aufwachen der Leute, für das Aufwachen unserer Zuschauer, dass wir uns dieses Wissen wieder zurückholen, uns erinnern, wer wir wirklich sind, und mit diesem Wissen in einen Bewusstseinswandel gehen, der uns zu bewussteren, spirituelleren und, ich sage jetzt mal, umfassenderen Wesen macht. Hat da ein jeder die Möglichkeit oder ist es nur Ausgewählten vorbestimmt? Ich glaube, das ist allen möglich. Ich möchte also unsere Zuschauer ermutigen, zu probieren, ob das etwas für sie ist, auch wenn vielleicht gewisse Dinge, die wir heute im Interview ansprechen, noch ein bisschen seltsam sind. Versuchen Sie, den Denkrahmen Ihres Seins als einen Rahmen zu sehen, den man erweitern kann. Und jede Erweiterung eines Rahmens tut in der Regel ein bisschen weh und löst Ängste aus. Aber das ist wichtig. Ohne diese Erweiterung des Rahmens, glaube ich persönlich, ist es nicht möglich, in ein höheres Bewusstsein zu kommen. Wir können nicht einfach hier stehen, die Welt so verstehen, wie sie glauben, und so in eine andere Bewusstseinsebene reinwechseln. Wir müssen zuerst unser Denken ändern. Wir können ja beispielsweise jetzt nicht einfach uns nach Moskau beamen und dann in Deutsch auf die Leute einreden auf der Straße und denken, die verstehen uns. Die werden sagen, ich es nichts verstehen. Also müssen wir lernen, die Sprache zu sprechen, die diese Leute dort sprechen. Und wenn wir in höhere Bewusstseinsfelder kommen wollen, müssen wir lernen, die Sprachen dieser höheren Bewusstseinsfelder zu verstehen. Was ist denn die Sprache der höheren Bewusstseinsfelder? Ja, du stellst mir ja schon die Fragen. Jetzt hast du mal hier was geliefert. Jetzt kommst du die Rede und Antwort. Genau. Ich werde mich wüten, dir noch weitere Bälle zuzuspielen. Ich habe nur was vorbereitet. Also die Sprache des höheren Bewusstseins ist in der Regel eben dann nicht mehr eine gesprochene Sprache, sondern das ist intuitives, vielleicht wie telepathisches Verstehen. Und wir Menschen hier auf der Erde, wir haben das verlernt. Das heißt, wir können Teile des Wissens, das auf uns wartet in einem höheren Bewusstsein, das können wir gar nicht abholen, weil wir diese Form von Telepathie und Verständigung mit dem Hören selbst, weil wir das gar nicht können. Also heißt das, wir werden uns Fähigkeiten entwickeln müssen, dass wir überhaupt in der Lage sind, unser höheres Bewusstsein zu empfangen. Die Aufgaben, die Botschaften, das Wissen, das wir für die neue Zeit tragen, zu bekommen, das braucht neue Fähigkeiten, die haben wir heute noch gar nicht. Und deshalb ist es oft so schwer, die Leute kommen zu uns in die Praxis und sagen dann, jetzt will ich wissen, wie schaffe ich den Aufstieg und was mache ich dann, wenn der Aufstieg passiert ist. Und dann muss ich den Leuten immer sagen, das ist nicht so einfach. Diese Dinge können wir heute noch gar nicht verstehen, weil wir in 3D funktionieren. Und was wir in 4D, in 5D, in höheren Dimensionen machen, das muss unser Hirn zuerst umgeschautet werden, bereit sein, diese Informationen reinzukriegen. Und dann brauchen wir vielleicht die 80, 90 Prozent im Gehirn, die wir noch nicht brauchen, sind dann eingeschaltet. Und dann werden wir Dinge können, verstehen, die wir heute noch nicht kennen. Also die Sprache wird eher eine telepathische sein. Wissen über Intuition, Sprache über Intuition und das ist dann nicht Deutsch und nicht Russisch. Vielleicht auch Eingebungen, Träume, Impulse, sogenannte Zeichen im Leben, womit wir etwas verbinden. Also auf alle Fälle eine höhere Information. die zu uns kommt, wo wir irgendwo einen Schritt weiterkommen. So meinst du das, oder? Ja, genau so würde ich das sagen. Ja, ist ja interessant. Wäre ja geil, wenn das funktioniert. Ich hoffe es. Wenn ich die Leute frage, wie sie sich vorbereiten sollen auf ihre neuen Aufgaben im neuen Bewusstsein, in einem höheren Bewusstsein, kommt eigentlich immer, sie sollen hier möglichst viele Baustellen, Störungen, Blockaden aufräumen und dann einfach die Bereitschaft geben, in diesen Bewusstseinswandel reinzukommen und dann Ja zu sagen, dort dann die entsprechende Schulung zu bekommen und das entsprechende Wissen dort dann zu erlangen. Das heißt, ein Teil des Bewusstseinsaufstiegs, den machen wir gar nicht hier in 3D. Und da haben wir ja die letzten Sendungen schon das Augenmerk auf die drei Bereiche gelegt, und zwar Körper, Geist und Seele und uns angeguckt, wie wir diese in eine Einheit bringen, uns vorbereiten für die Verbindung zu unserem höheren Selbst und vielleicht dort auch einen Bewusstseinswandel geschehen lassen zu können. Jetzt hast du eine tolle Folie mitgebracht. Ich würde die Regie bitten, die Folie mal kurz einzublenden. Vielen Dank. Die ist sehr interessant, lieber Michael. Gib uns doch mal einen kurzen Einblick, was wir hier sehen. Gut. Also, wir sehen hier eine orange-gelbe Grafik mit vielen horizontalen Linien. Diese horizontalen Linien entsprechen den Realitätsebenen, die wir auf der Erde leben können. Also, wir müssen uns vorstellen, die Erde ist wie eine Bühne. Und auf dieser Bühne kannst du verschiedene Schaustücke, Spielstücke, Theaterstücke aufführen. Und das wird gemacht. Und es gibt auf der Erde ganz viele solcher möglichen Realitätsebenen unter uns, frequenzmäßig tiefer, zwei Unterwelten. Das sind wie zwei Bühnen, die tiefere Frequenz haben als wir. Es gibt also Welten, die noch tiefer schwingen als unsere. Und so gibt es dann unsere Welt, Ebene 1, dort, wo der Mann steht, das Wesen steht, dort sind wir auf der Erde. Und dann gibt es die Frequenz Ebene 2, 3 bis zu 10 und dann 11, wo die Schöpfungsebenen sind. Das sind alles Bühnen, Schauspiele, Stücke, die parallel auf der Bühne Erde im Moment laufen. Und das muss man sich einfach wirklich bewusst sein, dass auf der Erde verschiedene Realitäten gleichzeitig stattfinden können. Möglicherweise gibt es eine Welt, in der Atlantis immer noch vorhanden ist, weil wir nur die Bühne gewechselt haben. Das ist vielleicht alles viel komplexer und nicht eine Bühne, auf der alles gleichzeitig oder nacheinander linear passiert ist. Da fällt mir der Vergleich ein, wo Menschen früher gesagt haben, die Erde ist eine Scheibe. Genau. Mal davon abgesehen jetzt, was du von dieser Aussage hältst. Ja. Aber für die Menschen war das vor Hunderten von Jahren so. Jetzt ist die Frage, war es wirklich so oder nicht? Ich würde sagen, für diese Menschen, ja, so war es. Aber wahrscheinlich hat sich die Erde seither ja nicht verändert und möglicherweise war sie damals schon eine Kugel, aber weil die Menschen einen engen Denkrahmen hatten und sagten, nee, das ist flach, haben sie geglaubt, dass es flach ist. Oder und dort kommt eben das rein, wir haben nur so viel Bewusstseinsmöglichkeiten und Erweiterungskapazität, wie unser Verstand das zulässt. Und deshalb sage ich immer den Leuten, es ist so wichtig, wenn man ein höheres Bewusstsein erlangen kann, geht das nicht, indem man irgendwie biologisch ist und den ganzen Tag versucht, gute Gedanken zu haben. Das reicht, das ist wunderbar, aber das reicht nicht. Sondern du musst dein kognitives Setting erweitern, dass überhaupt mehr Bewusstsein in dieses System reinkommen kann. und das ist eben dann wichtig, weil wenn wir zum Beispiel, und das gehen viele davon aus, dass wir in einem ersten Bewusstseinswandel aus der Ebene 1 direkt in die Ebene 3 springen wollen, dass wir dann eben wie einen anderen Denkrahmen brauchen und eine andere Vorbereitung, dass wir mit dem umgehen können. Und wenn der Mensch auf der Ebene 1 noch gar nicht bereit ist, so einen Denkrahmen herzugeben, aufzuweichen, zu sprengen, dann können wir hier nicht verschwinden. Die Limitierung steht uns entgegen, die Begrenzung also. So wie der Mensch im Mittelalter vor Galileo Galilei glaubte, die Erde ist flach, verbrannt wurde, wenn er was anderes gesagt hatte, konnten die Menschen sich ja nicht vorstellen, dass man um die Erde rumreisen kann. Und dann haben sie es nicht gemacht. Also musste zuerst einer kommen und sagen, hey Freunde, das kann gar nicht eine Scheibe sein, weil es rund ist. Und dann sind die ersten Seefahrer aufgebrochen und haben sich rausgewagt, weil sie dann wussten, man fällt am Ende nicht ins Nichts. Das braucht Wissen. Und du bringst mit deiner Trivolution Körper, Seele und Geist zusammen. Man sieht ja hier auf der Skala, die endet jetzt hier oben bei der Schöpfungsebene. Geht das höhere Selbst jetzt darüber hinaus oder warum sollte ich mich mit dem jetzt überhaupt verbinden? Also ich nehme diesen Ball gerne auf, Tobias, und schauen wir uns an, was auf dieser Grafik wirklich auch noch weiteres drauf zu lesen ist. Wir sehen jetzt also, wir haben verschiedene Realitätsebenen und die Schöpfungsebene ist da, wo letztlich wir alle herkommen, aus diesen Schöpfungsebenen. Unser Geist, der kommt aus diesen Schöpfungsebenen und ist im Grunde genommen der erste Teil, der sich bildet, wenn sich ein menschliches Wesen bildet. Also zuerst ist der Geist am Anfang war das Wort, heißt es in unserer Schrift. Das ist der Geist. Und ein Geist kann sagen, ich will aus den Schöpfungsebenen raus, in die Körperwelten, wo man tiefer inkarnieren kann, sich einen Körper anschnallen kann, eine Seele anschnallen kann. Und wenn ein Geist das machen will, ist eine sehr gut belebte und gut gut ausprobierte Möglichkeit ist, dass ein Geist sich die Form eines höheren Selbst gibt. Und dieses höhere Selbst, das ist nicht eine abstrakte psychologische Größe, wie in der Psychologie vielleicht dargestellt, sondern das sind Wesen. Das sind höherdimensionale Wesen, die im Frequenzband 7, also im Theaterstück 7, sehr viel höher entfaltet als wir. Da gibt es nur feinstoffliche Körper, also das höhere Selbst ist ein Geistwesen, das sich einen Lichtkörper sucht. Und in der Regel können sich diese höheren Selbste dann das bilden, was man als Seele bezeichnet. Und eine Seele ist im Grunde genommen nichts anderes als ein Speichergerät, das alle geistigen Erfahrungen sammelt, die ein höheres Selbst in verschiedenen Inkarnationen sammelt. Jetzt einen Moment mal. Viele sagen doch, die Seele steht über allem, oder? Das glaube ich nicht. Das ist jetzt interessant. Also wenn du das abfragst und bei den Klienten fragst, wo ist letztlich dann die höchste Ebene, wo wir uns verändern können, wo wir auch therapeutisch reparieren können, dann kommt immer das Geistig, das scheint zuerst zu sein. Und muss man vielleicht sagen, wird jetzt die Leute ein bisschen erschrecken, es gibt Menschen in meiner Praxis, die haben kein blaues Seele nicht. Es gibt Inkarnationssysteme, da fehlt das Seele nicht, weil die das nicht brauchen. Die brauchen diesen Geistrekorder nicht, der die Dinge aufschreibt. Die brauchen das nicht, weil sie vielleicht nur ein paar Jahre hier sind und das nicht aufzeichnen wollen. Also ist zuerst der Geist, der kann beschließen, ein höheres Selbst zu werden und dieses höhere Selbst ist dann in der Lage, Teile seines Wesens als Seelensplitter abzuspalten und in einen Körper, in einen physischen festen Körper rein zu inkarnieren. Und dabei hat es die Möglichkeit, bei uns in der Ebene 1 zu inkarnieren, in der Ebene 2, in der Ebene 3 und mit einem feinstofflichen Körper in der Ebene 4. Also die Seelen, die wir heute haben, können in verschiedenen Frequenzebenen im Grunde genommen leben. Wir haben also ganz schlaue Körper, die in der Lage wären, das Theaterstück zu wechseln. Dazu muss man sich aber ein bisschen vorbereiten und damit umgehen können, dass der Denkrahmen in anderen Frequenzebenen anders ist. Dass wir vielleicht in einer Frequenzebene 3 automatisch hellsichtig sind, telepathisch sind und mit unserem Hören selbst sprechen können. Da muss man vorbereitet sein. Sonst denkt man, ich spinne jetzt. Und drückt diese Erkenntnis ja eigentlich wieder weg durch den Stempel, ich spinne jetzt. Das ist ja nicht real. Genau. Verschwindet dieses Höhere Selbst aufgrund diesem Stempel, das ist ja nicht real, ist es dann wie beleidigt oder versucht es dir immer wieder kleinere Hinweise zu geben? Hey, hallo. Ja. Also so wie ich das wahrnehmen kann über meine Klienten, ist das Höhere Selbst nicht mit so einem kleinen, cremigen Ego bestückt wie wir. Wenn du nicht willst, dann will ich auch nicht. Das ist im Grunde immer ein sehr liebevolles Wesen, dieses Höhere Selbst. Ich schreibe in meinem Buch, es ist wie eine liebevolle Mutter, die sein Kind durch alle Schwierigkeiten, Stürme des Lebens liebt und an der Hand führt. Also wir können vertrauen, wir sind gehalten und geführt. Absolut. Jetzt ist das Problem aber, dass das Höhere Selbst bei uns nicht mehr durchdringt, weil wir dieses Wissen verloren haben und viele das auch gar nicht glauben. Viele Menschen werden von der modernen Wissenschaft dazu angeregt, dass es nur den Körper gibt. Also alles, was über den Sack von Knochen hinausgeht, ist Spinnerei. Und wie willst du dann, wenn du so denkst, mit dem Höhen Selbst in Kontakt treten? Du glaubst ja gar nicht, dass es das gibt. Und wenn du doch vielleicht etwas bekommst, tust du es als Spinnerei ab, zählt also genauso. Ja, genau. Und dann ist die Schwierigkeit, das Höhere Selbst ist dann wie die Mutter, sie sieht auf ihr verlorenes Kind und weiß, nein, das kann dann versuchen, dem Zuschauer, uns als Menschen, immer wieder Stolpersteine in den Weg zu stellen, dass wir angeregt werden, nachzudenken, warum ist jetzt das so, warum passiert mir dieses Unglück, warum habe ich dieses Problem, warum zum Donner in der Welt bin ich ein armer Kerl. Also kann das Höhere Selbst über Leid, über Pannen, über solche Dinge, über verrückte Zufälle, über Zusammenführungen, über Déjà-vus, kann das Höhere Selbst bei uns blinden Menschen versuchen einzuwirken und oftmals wird auch das wieder nicht verstanden, dann sagt man, ich bin einfach immer der Pechvogel, der krank wird, anstelle, dass man versteht, dass das Höhere Selbst uns mit der Krankheit eine Information zuspielen möchte, das ist das, sage ich jetzt mal, Leide an unserer Zeit, dass die Höheren Selbste uns nicht mehr erreichen. Gibt es auch eine andere Möglichkeit, außer durch das Leid, Schicksalsschläge, Impulse zu bekommen, zum Beispiel in der Art und Weise, dass mein, dein, höheres Selbst jetzt sagt, hey Mensch, komm doch mal mit dem Dr. Michael Dreiner aus der Schweiz zusammen, ich bringe euch jetzt irgendwie zusammen, ihr solltet jetzt Kontakt zueinander herstellen, ihr habt hier was zu tun, ihr habt euch irgendwie auszutauschen. sind es auch so kleine geführte Lebens- wie Weggabelungen, die du darunter verstehst? Also es ist ja so, dass das, was ich herausgefunden habe und beobachte und beschreibe, das klingt für viele Menschen vielleicht noch ein bisschen verrückt, aber in zehn Jahren, denke ich, werden die meisten wissen, dass es das gibt, jedenfalls die Menschen, die sich für das interessieren, und nun ist es eben so, dass Menschen, bei denen wichtig ist, dass sie diese Zusammenhänge verstehen, weil es mit ihrer Lebensaufgabe etwas zu tun hat. Also wenn in der Lebensaufgabe eines Menschen drin ist, du solltest diese Zusammenhänge verstehen, um in ein höheres Bewusstsein zu kommen, dann müssen die ja irgendwie an diese Informationen herankommen. Sei das, dass sie über diesen Sender jetzt, T.O.C., also über Talk, dass sie das hören, dass sie bei uns in die Praxis kommen, dass sie zu den, wir haben über 100 Leute ausgebildet in dieser Methode bereits, dass sie zu einem von denen die sind verteilt im deutschsprachigen Raum, oder? Ja, in Österreich, Deutschland, wir haben die ersten in Italien, die ersten in Frankreich und zudem machen wir ja in Zukunft dann auch diese Weiterbildungen, diese Kurse über dieses Wissen, auch online, dass man sich das erarbeiten kann. Also irgendwie müssen ja dann die Menschen zu diesem Wissen geführt werden, wenn das für sie wichtig ist. Für viele ist das nicht wichtig, die werden nicht drüber stolpern. Aber die, die dann eben an einen solchen Ort geführt werden sollen, die kriegen dann Hinweise. Es kann sein, dass sie zum Beispiel zufällig über einen Film, ich habe ja über 50 Filme gemacht, die man über meine Homepage abrufen kann, dann schauen sie dummerweise zufällig so einen Film und denken, ja, aber das, das muss ich mir anschauen. Oder, noch viel verrückter, es kann sein, dass du als Max Moritz kannst du irgendwie eine Krankheit bekommen, wo dir jeder Arzt sagt, das können wir nicht heilen, das kann man nicht heilen. Wir verstehen es nicht. Also du musst zum Nächsten. Dann gehst du zum Nächsten, dann gehst du zum vielleicht Chinesen und der sagt, ich verstehe das nicht, ich kann es auch nicht heilen und dann gehst du mal zu einem Schamanen, der sagt, das begreife ich nicht, ich kann es auch nicht und irgendwann endest du dann bei mir, ich sage immer, wir sind der Resort, der Ort für die letzten Hoffnungen, weil dort vielleicht noch Wege gesucht werden können, die in unserer Gesellschaft noch nicht bekannt sind und dann landest du mit einer ganz komischen Krankheit bei uns und wir können dann versuchen, die Krankheit aufzulösen und in diesem Prozess erwacht dann die Erkenntnis, die Krankheit war ja nur der Zündfunke, dass ich in die Praxis gekommen bin und das höhere Selbst sagt dann, du bist nicht hier, um diese Krankheit zu heilen, sondern du bist hier, um dir das Wissen zu holen für den nächsten Bewusstseinssprung. Bestimmt aber auch in jedem anderen Bereich, Beziehung, Partnerschaft, Finanzen, Selbstbewusstsein, irgendwo, wo ich eine Unstimmigkeit spüre, und selber in mir einen Unfrieden habe, also ich für mich sage, passt nicht, will ich was ändern, ist da ein Geschenk versteckt, oder? Oftmals schon, oder vielleicht nicht immer, aber oft, oder? Und man kann das ja herausfinden, wir lernen, den Leuten, den Therapeuten bringen wir bei, wie du mit dem Hören selbst Kontakt aufnimmst, über den Muskeltest der Kinesiologen und dann kannst du im Grunde, dass ich höre, selbst frage, du, mein Problem mit dem Geld, was ich jetzt habe, ist das ein dummer Zufall, weil ich einfach zu viel Kohle ausgegeben habe und mir ein zu teures Auto gekauft habe, oder steckt da eine tiefere Botschaft dahinter, dass ich vielleicht mich aus dem Materiellen ein bisschen rausnehmen sollte und in andere Gefilde kommen sollte? Das kannst du abfragen. Das Problem ist, dass die Menschen immer sehr schnell interpretieren, ja, das heißt das und das, aber wenn du einen anderen fragst, sagt er dir was ganz anderes, der sagt, nee, nee, das ist ganz anders, hör mal, das ist so und so und als Patient bist du dann, stehst du wie der Esel vor den Berg und sagst, ja, hat jetzt der recht, hat der Arzt recht, hat der recht, mein Gott, wer hat recht? Oder und im Grunde genommen, der, der es am besten weiß, wer recht hat, ist ein höheres Selbst und mit dem kannst du im Grunde genommen Kontakt aufnehmen. Am Anfang über den Muskeltest, weil wir es noch nicht können mit denen sprechen und mit der Zeit, wenn du dich entwickelst, kriegst du immer einen engeren Draht zu diesem höheren Selbst und kannst du über die Bilder, die du von ihm bekommst, ganz viele Fragen selber lösen. Jetzt hast du ja das Thema Déjà-vu angesprochen. Ich habe nach Déjà-vu gegoogelt. Es ist ja ein Bereich oder ein Thema, wo sehr viele Meinungen kursieren, wo es aber nicht wirklich Forschung dazu gibt, weil es oft heißt, nee, ist so ungreifbar, das ist irgendwie eine Einbildung im Gehirn, eine Fehlschaltung, irgendwie so die Richtung. Muss ich für mich sagen, stimmt nicht ganz, ist für mich nicht stimmig. Jetzt habe ich aber oft Déjà-vus. Und bei unserem letzten Abendessen habe ich dir auch von meinem Déjà-vu wiedererzählt, das ich erst vor kurzem hatte, wo wir uns getroffen haben. Und ich kann für mich feststellen, wenn ich beobachte, zu welchen Zeitpunkten ich so ein Déjà-vu habe, bestimmt mal alle ein, zwei, drei Monate. So oft. So oft. Mal dauert es auch ein halbes Jahr, passiert nichts, mal kommen die aber auch sehr schnell. Wenn ich dann mir angucke, in welchen Situationen ich diese Déjà-vus bekomme, dann sind es für mich wie entscheidende Momente im Leben. Oder wie Weggabelungen, wo ich jetzt das Gefühl bekomme, wie, das habe ich schon gesehen, ich glaube, da bin ich auf dem richtigen Weg. Ich glaube, das passt jetzt zu mir. Ich glaube, da bin ich wieder mehr bei meinen höheren Selbst, bei meiner höheren Führung. Hatte ich diese Déjà-vus nämlich nicht. Also bedeutet für mich, war ich nicht auf meinem rechten Weg, hat mein Leben auch nicht funktioniert. Dann kamen Probleme, dies und das und kaum bekomme ich diese Déjà-vus wieder, regelt sich alles wie von selbst. Natürlich schon durch mein Zutun, aber ich bekomme jetzt Flow Rückenwind. Du bekommst Informationen, die dir helfen, sicherer zu sein, dass die Dinge, die du gerade machst, die richtigen sind. Genau. So ungefähr funktioniert das Höre-Selbst, wenn es mit uns spricht. Das ist uns einfach wie Steuerungshinweise gibt, weil die wissen ja, das Höre-Selbst kommt aus einer hochentwickelten Ebene, also der Frequenz Ebene 7. Wir sind in der Frequenz Ebene 1, da trennen uns nicht nur Welten, sondern viele Welten. Also das ist ein ganz anderer Bereich, wo die leben, die Hören-Selbste. Die leben in einer spirituellen Selbstverständlichkeit, die wir gar nicht begreifen können. Also werden uns die Hinweise geben und die können beispielsweise über Déjà-Vus reinkommen. Oder wenn man das beforscht, wir sind ja Forscher, ich bin ein Forscher, ich habe in der Uni geforscht. Ich forsche jetzt in diesem Unbewussten, weil sich da kaum Forscher hinwagen. Und dann kannst du sehen, dass Déjà-Vus beispielsweise verschiedene Ursachen haben. Déjà-Vus können dadurch entstehen, dass dein Höheres Selbst in einer anderen Form schon mal inkarniert war, auf der Erde, und dann kommst du an einen Ort, wo ein Teil deines höheren Selbstes schon mal war. Dann sind das Rückerinnerungen als Déjà-Vus, die du tatsächlich in einer anderen Inkarnation wieder verbindest. Das ist eine Möglichkeit von Déjà-Vus. Es gibt aber auch ganz andere Déjà-Vus. Wenn wir das beforschen, sehen wir, dass ein Teil der Déjà-Vus beispielsweise im Traum passiert. Im Traum werden dir Bilder gezeigt von Situationen in der Zukunft. Morgens wachst du auf und hast den Traum vergessen. Dann gehst du da an einen Ort hin und sagst, na, das kenne ich. Genau. Das ist aber ein Déjà-Vus aus dem Traum. Das gibt es. Da würde ich mich eher mit drin einordnen. Für mich ist es in dem Moment wie schon mal gesehen, schon mal erlebt. Ich schaue mich um und die Szene passt 100%. Okay, das ist möglich. Und dann, wenn wir schon dran sind, es gibt, ich zähle jetzt mal die wichtigsten drei auf, eine wichtige dritte Form von Déjà-Vus, die wird durch künstliche Einspielungen in unser System erzeugt. Du musst dir das so vorstellen, unsere Seele, unser Geist, das besteht aus Programmierung. Das ist wie Software. Und jetzt kann ein nettes Wesen oder ein böses Wesen kann in diese Software Bilder Erinnerungen einspeisen, die gar nicht deine sind. Und dann können die dir irgendein Bild einspeisen, wo du dann das Video in dir drin hast und dann kommst du in eine Situation und denkst, na, das kenne ich doch. Das habe ich doch schon mal gesehen. Und denkst, das ist richtig. Jetzt, wenn das ein bösartiges Wesen ist, dass die diese Einspielung gemacht hat, wirst du dann genau den falschen Schritt machen. Den, den sie dir vorprogrammiert haben, dass du diese Weggabelung nicht nach links nimmst, wo du solltest, sondern eben nach rechts, weil man dir das Hologramm eingespielt hat, du musst nach rechts und dann ist das ein feindliches Déjà-vu. Du siehst viele Dinge, wenn man die beforscht, ganz akademisch, wird das richtig spannend und dann dröselt sich unser System in ein ganzes komplexes System von Gegebenheiten, Strukturen auseinander und die sind unheimlich faszinierend zu lesen. Cooles Thema. Danke für die sehr ausführliche Antwort. Für mich sehr ausführlich, weil ich sie so noch nie gehört habe, auch macht mir jetzt auch Neugierde und Freude mich mit dem Thema doch ein bisschen näher damit auseinander zu setzen. Wie geht es euch denn, ihr Lieben? Habt ihr auch Déjà-vus in eurem Leben? Habt ihr da schon mal nachgedacht? Kommentiert es doch gerne mal. Interessiert mich wahnsinnig. Gibt es denn auch andere Zeichen, wo wir merken, dass wir wie auf dem richtigen Weg sind, außer die Déjà-vus? Das denke ich, dass es schon gibt. Wenn Menschen ein bisschen bewusster geworden sind und vielleicht nicht mehr ganz einfach so in diesem Alltagstrott mitschwimmen, dann können sie wie Resonanzeffekte spüren. Also wenn du Dinge machst, von denen das Höhere Selbst begeistert ist, dass du sie machst, dann kann zum Beispiel so wie eine Hüderhaut, so ein Frieren auf der Haut entstehen. Wenn ich damit in Resonanz gehe. Also das, ich denke, jedes Höhere Selbst hat seine eigene Art und Weise, wie es mit einem Menschen spricht. Das ist individuell. Das muss man herausfinden. Es ist aber spannend, das herauszufinden. Und mit der Zeit merkst du dann, dass dein Höhere Selbst so und so zu dir sprechen kann. Es gibt Menschen, die hören das Höhere Selbst wie ein Klacksen und wenn sie irgendeinen richtigen Entscheid machen, klackst es hier. Es gibt bei jedem Menschen ein bisschen anders und man muss herausfinden, wie das Höhere Selbst mit uns redet. Und natürlich, die weniger schöne Geschichte haben wir, glaube ich, schon erwähnt, ist ja, dass wir Krankheiten, Störungen und Pannen haben, die uns auf die schmerzvolle Weise dann Hinweise geben. Lass uns lieber vorher etwas feinfühliger diesen Zeichen des Lebens werden. Es muss ja nicht immer hart auf dick oder knüppeldick kommen. Wer weiß, ist die Frage, wer weiß. Was gibt es dir denn persönlich, lieber Michael, in Verbindung mit deinem Höheren Selbst zu stehen? Als Mensch, was gibt es dir? Also, ich denke, dieses Höhere Selbst, was ich habe, hat mir im Grunde genommen tief in mir drin ein Wissen aufgebaut, dass ich schon als junger Mensch mit 20, 22 gemerkt habe, wenn ich Arzt werden will, will ich das nicht so machen, wie das die Universitäre Medizin macht. Das sind wie Grundgefühle, Grundeinstellungen in deinem System. Oder und wenn du darauf hörst, dann und dich von dem führen lässt, dann hat mir das gebracht, eben meinen eigenen Weg zu gehen und dieses Wissen, was ich vielleicht hier für die Menschen entwickeln und verkünden darf, dass du dann wirklich in deine Lebensaufgabe hineinwächst. Weil das Höhere Selbst hat dich ja aus irgendeinem Grund hier inkarnieren lassen. Da herrscht kein Chaos und kein Zufall. Bei weitem nicht. Oder, also wenn du mit dem zusammenarbeitest, mit dem Höheren Selbst, kommst du an dein höheres Wissen ran, an deine Lebensaufgaben und du lernst dann auch, weil das Höhere Selbst aus einem anderen Frequenzband ist, aus einem anderen Theaterstück, dass alle anderen Frequenzbänder, alle anderen Theaterstücke für uns auch offen sind. Und das führt dann eben dazu, dass du dann plötzlich merkst, es gibt außerirdische Wesen, die gibt es halt, dass in den Frequenzbänden drei, Frequenzbänden vier, Frequenzbänden fünf, da tummeln sich hochentwickelte, geistige, entwickelte Wesen. Ich nenne die ALFs, außerirdische Lebensformen. Die vielleicht sogar hier im Raum sein können, nur weil wir sie nicht sehen, bedeutet es nicht, dass sie nicht da sein könnten. Genau. Und wenn ich lerne, mit dem Höheren Selbst zu kommunizieren, lerne ich mit Wesenheiten aus anderen Frequenzebenen, anderen Theaterstücken zu kommunizieren und das kann ich dann auch auf andere Frequenzbänder übertragen. Und bei mir, das klingt jetzt vielleicht sehr, sehr schräg, ich arbeite ganz viel mit außerirdischen Wesen in meiner Praxis. Ich sehe die nicht. Ich habe, und das ist wirklich wichtig, das zu sagen, ich habe aber Patienten, die können richtig hellsichtig wahrnehmen und die können diese Wesen sehen. Ich kann das über den Arm wissenschaftlich testen, was die sagen und es gibt ganz wenige Menschen, die können die Wesen, die diese Antworten über den Arm geben, sehen. Und dadurch werden wir dann wie zu multidimensionalen Wesen, die merken, dass unsere kleine Welt, diese Matrix hier, nur eine von vielen ist. Und dass wir umgeben sind von verschiedenen höheren Lebensformen, die darauf warten, dass wir sie entdecken und die uns dann bereit sind, in ein höheres Bewusstsein hochzunehmen. Ich hatte damals in meiner Ausbildung zum Thema Remote Viewing, es ist also eine Methode, eine Technik, um Informationen jenseits von Raum und Zeit zu erarbeiten, zu bekommen, zu gewinnen, über die herkömmlichen Sinne hinweg. Ein besonderes Target nennt sich Ziel gehabt und zwar auch so ein Ufo-Ziel. Damals der berühmte Roosevelt Absturz 1950, 60, genau glaube ich. Und da wurde ich auf dieses Ziel, auf dieses Target geschickt und wusste im Vorfeld nicht, dass es sich darum handelt, weil ein Remote Viewer, also über die Ferne wahrnehmen, immer nur eine Zahlenkombination bekommt, um sich daran zu orientieren, mit seinem Geist, mit seinem Bewusstsein, aber er kennt die Frage nicht. Und jetzt hatte ich hier diesen Roosevelt Absturz und es gab auch ein Gespräch zwischen, sage ich mal, den Insassen oder den Entitäten, die in dem Moment vor Ort waren und mir. Alles protokolliert und sehr nachprüfbar. Wir haben schon viele Remote Viewer auf dieses Ereignis geguckt. Das scheint sich wirklich zugetragen zu haben, aber entscheidet selbst. Und in diesem Gespräch bekam ich zu hören, dass wir Menschen relativ unterentwickelt wären, dass sie uns sehen wie in einen Kindergarten. Aber nicht als Mensch per se, sondern sie haben sich eher auf unseren Verstand bezogen. Sie haben gesagt, was möchtet ihr denn mit euren Verstand begreifen? Ihr seid doch ja eh schon am Limit. Ihr seid schon Oberspitzkante. Bedeutet für mich, dass es jetzt genau auf dieses Beispiel hin Informationen, Wissen oder andere Ebenen gibt, wo wir hier nicht mehr weiterkommen. Und das ist mir gerade zum Thema Höheres Selbst eingefallen. Genau. Und dort kann uns das Höhere Selbst natürlich nach den Möglichkeiten, die unser Gehirn, unsere Fantasie, einfach diese Fähigkeiten des Geistiges, was wir da können, kann uns das Höhere Selbst da natürlich Bilder einspielen. Etwas, wir waren ja bei der Frage, wie kann das Höhere Selbst mit uns Kontakt aufnehmen? Eine Möglichkeit, das sehe ich oft bei meinen Klienten, ist über die Träume. Also wir können im Traum tatsächlich mit unserem Höhere Selbst kommunizieren. Wir können auch darum bitten, wenn wir abends einschlafen gehen, dass wir sagen, mein Höheres Selbst, ich bitte dich, gib mir Bilder in meinem Schlaf, wo du mir Informationen gibst. Oder und dann kann das Höhere Selbst hier wirklich Ideen, Konzepte, Lösungen für Dinge, die noch nicht existieren, über den Traum reinspielen. Dort ist aber einfach ein Punkt wichtig, da bin ich dann wieder zu akademisch. Jetzt ist aber das Höhere Selbst nicht das einzige Wesen, was uns Träume, Bilder, Fantasien einspielen kann. Du hast meine Frage vielleicht schon vorausgeahnt, ich wollte nämlich auf die Täuschung eingehen. Genau. Oder wie erkenne ich denn, ob da die Wirklichkeit spricht? Das ist ganz schwierig. Das ist echt schwierig. Es ist ein Rätsel, vor dem wir auch immer stehen. Das kann ich dir mit Sicherheit nicht sagen. Ich hoffe, dass ich das vielleicht in fünf Jahren dir genau sagen kann. Dann kommst du nochmal, oder? Dann komme ich nochmal, genau. Oder es ist eben schon so, dass Teile der Bilder, der Gefühle, oder? Das ist sehr schwer für viele Leute zu verstehen. Ein Teil der Gefühle, die wir entwickeln, ein Teil der Bilder, die wir haben, wenn wir hellsichtig arbeiten, diese Bilder kommen ja von irgendwoher in unser Bewusstsein, in unser Geistig und werden dazu für uns bewussten Wahrnehmungen konkretisiert. Und bei diesem Prozess können hochentwickelte Wesen die Bilder, die wir empfangen, verändern. Sie können das Gehirn, in dem wir die Bilder wahrnehmen, auch beeinflussen. Und dann sind diese Bilder falsch. Das kann bis in die Träume gehen. Ich habe Menschen, die kommen zu mir und die wollen wissen, wer hat ihnen die Träume gemacht, die sie hatten. Und das ist sehr interessant. Manchmal ist das das höhere Selbst. Manchmal ein Geistführer, der ihnen sagt, jetzt musst du aufpassen, wenn du so weitermachst, stirbst du. Also die können das alle. Aber, jetzt aufgepasst, es gibt auch Wesen, die uns nicht wohlgesinnt sind, die uns solche Bilder und Déjà-vus einimpfen können. Im Schlaf, in der Meditation, in der medialen Arbeit. Und dort ist eben eine riesige Fehlerquelle. Und das erklärt mir jetzt als Akademiker, warum so viele medial arbeitende Menschen ja im Grunde den Menschen gar nicht so viel weiterhelfen können. Wenn wir das, wenn das ja so einfach wäre, könnten ja die Leute zu einem Medium, der heilt sie und dann würden alle gesund. Aber so einfach ist es in meiner Erfahrung nicht. Und das hat wiederum damit zu tun, dass ein Teil dieses spirituellen Gebarens, des Mediierens, des medialen Sehens, des Heilens, wird beeinflusst auch durch Wesen, die uns nicht wohlgesinnt sind. Und die verfuschen dann im Grunde genommen die Zusammenarbeit mit der geistigen Welt. Und dann können die kritischen Akademiker sagen, ja, seht doch, funktioniert ja nicht. Aber wenn man es genauer versteht, versteht man, warum es nicht funktioniert, wischt diese manipulativen Kräfte beiseite und kommt dann ganz langsam, aber sicher an einen tieferen Punkt mit tieferen Einsichten. Ich glaube, auf diese Reise muss sich jeder selbst machen. Und ich glaube, das sollte auch die Botschaft unserer Interviews oder dieses Interviews sein, Denkanstöße zu geben, Impulse zu präsentieren, vielleicht eine Möglichkeit für dich zu Hause aufzuzeigen, wie du mal jenseits von diesen Gehirnkonstrukten versuchen kannst, dein Leben neu zu erfahren oder neu zu gestalten, wenn du den Wunsch danach hast. Also ich denke, jetzt dieses theoretische und wirklich sehr tiefe Wissen in unser Leben zu integrieren, wäre der nächste Schritt. Und dafür scheint die Trivolution recht gut zu sein, um dann, wenn ich Mr. Trinity bin, um auch den Zugang zu dem Höheren Selbst zu bekommen. Und dann muss ich mir meine Meinung ja eh selber bilden. Genau. Und du musst schauen, was dir von diesen Ebenen dann mit auf den Weg gegeben wird. Das ist ja bei jedem anders. Hast du denn vielleicht noch einen praktischen Tipp, wie wir zum Thema Höheren Selbst, wenn es uns jetzt interessiert, irgendwie einsteigen können, uns beschäftigen können? Du hast vorher gemeint, ich kann mein Höheres Selbst bitten, mit mir in Kontakt zu treten. Muss ich dem seine Handynummer kennen oder woher weiß der, woher das kommt oder wen ich anfunke? Ja. In der Regel kann man die mit dem Handy leider nicht erreichen, also reicht die Nummer nicht. Wie du das machen kannst, ist, dass du im Grunde genommen eine kurze Meditation machst. Du nimmst dir ein bisschen Zeit, fährst runter, wirst ruhig, kommst in eine ruhige Atmung und dann, wir machen die besten Erfahrungen damit, dass du dann wie sagst, ich rufe jetzt mein wohlwollendes, wahres und reines, höheres Selbst. Dieses wohlwollende, wahre und reine ist eben wichtig, weil du oft Täuschungsmanöver hast. Und dann kann sich ein Wesen dir annähen und vorgaukeln, es sei dein höheres Selbst. Das gibt es alles. Viele medial arbeitende Menschen wissen das nicht. Also musst du dich dann wirklich, rufst du das wohlwollende, wahre und reine, höhere Selbst. Und dann sagst du diesem höheren Selbst, ich weiß nicht genau, wer du bist, ich sehe dich auch nicht, aber ich rufe dich. Und ich bitte dir, ich bitte dich, öffne meine Augen, meine Kanäle, damit ich dich irgendwie wahrnehmen kann. Ich lasse dir offen, wie du das machst, weil wir können es in der Regel nicht beurteilen. Und ich bitte dich, dass du mit mir Kontakt aufnimmst und mir Schritte und Steine oder Zeichen gibst, wie ich näher mit dir in Verbindung treten kann. Oder und dann muss man einfach geduldig sein und warten und schauen, was passiert. Kommt das über die Träume? Werde ich durch eine Krankheit zu einem Therapeuten geführt? Werde ich durch Kollegen auf einen Film hingewiesen? Oder und so kommt dieser Fahrprozess, in ein höheres Bewusstsein zu kommen, langsam in Gang. Also das würde ich den Leuten empfehlen. Wohlwollendes, wahres, reines höheres Selbst. Ich verbinde mich mit dir und ich bitte dich, die Arbeit mit mir aufzunehmen und ich erlaube dir, alle notwendigen Schritte einzuleiten, die jetzt gerade richtig sind, damit ich dir näher komme. Ich mache das so. Man kann natürlich auch zu einem Therapeuten, der so arbeitet, gehen und versuchen, wenn der sauber arbeitet, die fremde Energien wegräumt, ob du dann über den Muskeltest beispielsweise mit dem Hören selbst direkt ins Gespräch kommst. Das gibt verschiedene Wege. Werde ich zu Hause ausprobieren. Sehr gut. Werde ich auch berichten. Wunderbar, ja. Interessiert dich bestimmt. Ja, genau. Sag mir dann, was rausgekommen ist. Soll man leider abschließen, lieber Michael. Es war mir eine ganz besondere Ehre, dass du da warst, Dr. Michael Treiner aus der Schweiz, zu diesen wirklich spannenden Themen mit so viel, ich spürte die ganze Zeit, zu viel Leidenschaft, zu viel Aufrichtigkeit, zu viel Herzlichkeit, zu viel in die Tiefe gehen. Also wirklich wahres Interesse, das jetzt auch den Menschen zu ermöglichen, weiterzugeben. Wenn ihr das auch gespürt habt, lasst doch gerne den lieben Michael euren Dank da. Er freut sich sicherlich, wenn man ihn kontaktiert oder ihn in einer irgendeiner anderen Form unterstützt, auch wenn man Fragen hat. Genau, dass man diesen Prozess des Erkennens, des Forschens weiterführt und damit kommen wir ja in ein höheres Bewusstsein und erwachen in einer höheren Menschlichkeit als die, die wir jetzt haben. Schlusssatz. Time of Change TV. Der Name ist Programm, ihr Lieben. Ich werde mir diese Sendung bestimmt mehrmals auch zu Hause anschauen. Ich bedanke mich wahnsinnig bei euch fürs wieder mit Einschalten bei diesen manchmal auch sehr spannenden, aber trotzdem crazy Themen. Entscheidet selbst, was ihr damit macht. Findet euren Weg, findet wieder mehr zu euch. Ihr seid bestimmt geführt. Davon bin ich überzeugt. Ich wünsche euch alles Liebe und freue mich auf eine weitere Folge mit euch und Time of Change TV. Vielen Dank.